Ich würde mir wünschen, wir haben heute einfach einen wunderschönen Abend. Wir schwelgen in Erinnerung. Wir haben so viele Geschichten. Wir könnten bis Heiligabend, glaube ich, durchdrehen. Es geht um die gute Vergangenheit, es geht um die Gegenwart, aber es geht auch um die Zukunft. Und aus dem Grunde sind wir alle hier. Pause ist beendet. Alle hatten ihr Nuki Erdbeer. Wo ist der Sebastian Küppers? Der kennt diesen Insider. Und weiter geht's mit unserer wirklich illustren Gesprächsrunde, die jetzt auch noch ein illustres Requisit dazu gewonnen hat. Nicht nur eine Buchneuerscheinung, lieber Rainer Braun, sondern auch eine Trophäe, einen Ehrenpreis, der eine ganz besondere Gewandnis und Bedeutung hat. Hans-Jörg Weick. Ich will das gar nicht vorwegnehmen. Was hat es mit diesem Pokal, Trophäe, Ehrenpreis, auf dem Tisch auf sich? Dieser Pokal hätte dem Sieger gehört eines Rennens, das nie einen Sieger erlebt hat. Welches Rennen war das, Herr Schmückler? 1988 in Salzburg. 1988 in Salzburg. Richtig. Sie hätten den Pokal gewinnen können, aber es hat keiner gewonnen. Nach fünf Startunfällen hat der Rennleiter wollte noch mal starten, aber die Fahrer haben gestreckt. Danke. Ich wollte fahren. Einige wollten natürlich fahren, aber in der Zwischenzeit ist es schon dunkel geworden. Und die Fahrer haben dann mehrheitlich abgestimmt. Sie wollen nicht mehr starten. Nein, 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 nein. So war das nicht. Du hast die Schlägereien vergessen. Ja, nein, nein. Die Zwischenzeit. Die Zwischenzeit. Also so war das nicht. Also du hast das ziemlich harmlos dargestellt. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass der Hermann Tomschick, der war damals Rennleiter. Sportkommissar, der war total entnervt da unten, ja. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich beim ersten Start stand ich in der dritten Startreihe. Nach dem vierten Abbruch stand ich in der ersten Startreihe. Die Franzosen haben sich mit Österreichern geschlagen und es war ein Tovabo. Armin, wir haben fahren wollen, weil du hast auch noch ein heiles Auto gehabt. Das Feld von etwa 30 Autos war immerhin noch mit 18 Autos ganz gut vertreten. Ja, und wir hätten dann noch ein super Rennen gefahren, aber die Verantwortlichen haben mal wieder gekniffen. Also ich habe da noch was dazu beizutragen. Ich habe da noch was dazu beizutragen. Der Jörg Weig kam zu mir in die Kabine, oben in die Sprecherkabine und hat gesagt, Braun, es ist Feierabend, es ist Schluss, wir fahren nicht mehr. Daraufhin stürmte der Rennleiter, ein Herr Mauritz aus Rosenheim, zu mir hoch in die Sprecherkabine mit hochrotem Kopf und hat gesagt, hier bin ich der Rennleiter, ich entscheide, wann Schluss ist und nicht irgendwer. Daraufhin habe ich gesagt, lieber Herr Mauritz, ich habe vom Herrn Weig die Nachricht bekommen, ebenso wie vom Herrn Aufrecht, dass hier Feierabend ist und danach werde ich mich richten, denn die bezahlen mich ja auch für die Reportage. Der Beweis ist hier, es wurde abgestimmt und mehrheitlich haben die Fahrer entschieden, es wird nicht mehr gestanden. In der Zwischenzeit ist es auch schon dunkel geworden. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Kollege Ludwig zu mir hochkam und gesagt, Braun, mach den Hahn zu, wir müssen zum Flughafen der Flieger warten. Ja, exakt, ganz genau, weil Ludwig seine Karre war platt, der konnte keine Meisterschaftspunkte mitnehmen und der war der erste Rädelsführer, der uns alle motivieren wollte, aufhören, aufhören, viel zu gefährlich hier. Dabei hat er so ein Kilo drin gehabt, dass er überhaupt nicht mitmachen konnte, richtig. Der wäre nämlich die Meisterschaft los gewesen, wenn er dort hätte fahren müssen. Nur zum Schluss jetzt, am Schluss wurde nicht mehr gestartet, der Herr Rennleiter, der Herr Mauritz war so sauer, dass er zu mir gesagt, nimm den Pokal mit. Und seit 1988 ist dieser Siegerpokal, der gewidmet ist, dem Sieger für Salzburg-Ring, hier in meinem Archiv. Und den habe ich heute mitgebracht und möchte hier dem Gastgeber übergeben. Und ich denke, vielleicht sollten wir mit diesem Pokal, ja, vielleicht, habt ihr eine Idee? Da könnte man jetzt Bier reinschicken, dann können wir das so ein bisschen in den Pokalen machen. Also ich finde, ohne jetzt dem Sebastian Küppers als Gastgeber und Hausherrn vorgreifen zu wollen, eigentlich sollten wir das als Versteigerung ausloben. Und ohne, dass wir jetzt irgendwie eine Aktionstelefonnummer, irgendwas erfunden hätten, das Schöne ist ja, wir bereiten ja diesen Talk nach. Der Herr Freier, der da vorne steht, der wird das Ganze entsprechend schneiden. Da können wir dann eine E-Mail-Adresse einblenden, die sehen Sie dann gleich unten in rot unterlegt. Da sehen Sie eine E-Mail-Adresse und der meistbietende, der uns eine E-Mail schickt hierher zu 2.0 Automotive nach Düsseldorf, kann diesen schönen Pokal seiner Sammlung, seiner Vitrine überführen. Und wir werden uns einen schönen, karitativen Zweck ausdenken, wo wir diesen Preis eins zu eins weitergeben, ausloben. Wir sind in der Weihnachtszeit, es gibt gerade heutzutage genug Menschen, die haben nicht nur sich Kopfschmerzen zu machen, wie viele neue Reifen sie bestellen können, sondern die haben existenziellere Themen. Und da werden wir sicherlich hier in Düsseldorf auch jemanden finden, den wir begünstigen können und für alle diejenigen, die da mitmachen wollen. Der originale Siegerpokal vom Salzburg-Ring, DTM 88, niemals ist der vergeben worden, auch wen ihr beiden gerade schon Ambitionen angemeldet habt. Wir loben den aus und wie gesagt, ich zeige nochmal hier hin, da kommt eine E-Mail-Adresse hin, wer den gewinnen will, schreibt uns bitte und bietet einen entsprechenden Preis. Arno Wester, jetzt bist du endlich dran. Das erste Gebot schon. Nein, ich habe gesagt, der Pokal hat eine Gravur auf dem Deckel mit Datum und allem drum und dran. Also das ist eine wunderbare Geschichte, da lohnt es sich ordentlich zu bieten, damit auch was Gescheites für einen guten Zweck rauskommt. Arno, ich glaube, die Zahl sollte wenigstens wie viele Stellen haben? Ja, die Zahl ist gut, die Idee ist gut und ich bin ganz sicher, da wird sehr viel für geboten und es ist etwas ganz Einmaliges. Die Idee ist super und ich bin wirklich gespannt, was da zusammenkommt. Das ist ein ganzes Zweck zu spenden, das ist, glaube ich, wirklich toll und kommt gut an. Aber der Vollständigkeit halber zu diesem wirklich spektakulären Wochenende mit einem ungewöhnlichen Ausgang, das ist auch eine Zahl. Wir wissen alle, in der neuen DTM seit 2000 hat die DTM immer mit Stadtertal zu kämpfen gehabt. Ja, der Herr Berger hat sich in diesem Jahr gerühmt, dass mal wieder fast 30 und nennt das Rekord, der Rekord, den Rekord, den Rekord der Reiner heute, schon mitgeteilt, es waren über 40. In diesem Jahr 1000, zugegebenermaßen, waren 29 Starterrekord. Aber an diesem Augustwochenende, 1988, sind von 31 Startern im ersten Rennen letztendlich 9 in die Werte gekommen, obwohl es keine Werte gab. Und da kommen wir dann, glaube ich, auch zu dieser ganzen Budgetthematik. Ich glaube, so 1988 fing das an, diesen Grundgedanken des seriennahen Gruppe A-Sports, der 1984 mitschwang. Das sollte ja alles, heute heißt es, budgetgedeckelt sein. Damals hat man eben auch gesagt, so ein BMW 635 CSI kostete 150.000 Mark. Das konnten dann auch relativ kleinere Garagisten sich noch leisten. Das Auto war ein Bausatz, man musste den als Teilekit kompletieren. Und ich kann mich 1989, das war genau diese Zeit, dieses Startprozederes in Salzburg, kurze Zeit später, hat Herbert Schnitzer mal ein Interview gegeben. Das war in Hockenheim bei der DTM-Präsentation. Und da war der Stückpreis für einen BMW M3 E30 bereits bei 300.000 Mark angekommen, fünf Jahre nach Gründung. War das eigentlich schon so der große Betriebsunfall? Oder hat man gesagt, das ist so, wenn Werke mitfahren? Ja, da wo Werke ihre Finger im Spiel haben, wird es nicht billiger. Und das hat sich schon damals abgezeichnet. Wie gesagt, wir haben dann von dem Bausatz gesprochen, M3 zusammengebaut, 150.000 D-Mark. Das war ein Auto, wo man Weltmeister, Europameister, deutscher Meister, italienischer Meister, britischer Meister mit werden konnte. Das glaubt heute gar keiner mehr, dass das mal möglich war, für so wenig Geld so tolle Titel zu gewinnen, wenn man weiß, was heute ein GT3-Auto kostet. Und ja, das ist durch die Entwicklungskosten der Hersteller hat sich das immer weiter hochgeschraubt. Wir kennen alle, die hier sitzen, das Ende der ITC. Unfassbare Summen im dreistelligen Millionenbereich. Das musste, das musste scheitern. Du hast ja noch den Motorsport als Fahrer auch kennengelernt auf der Nürburgring-Nordschleife. Bist Mitte der 80er Jahre mit einem Ford Escort dort gefahren. Das war, glaube ich, noch das, was man Serientourenwagen nannte. Das war ja die Nomenklatur, die hinter Gruppe A eigentlich stand. Wie viel Serie war an so einem Escort? Ja, das war schon ein relativ serienmäßiges Auto, das muss man sagen. Da durfte man am Fahrwerk arbeiten. Das wurde natürlich mit Slicks gefahren. Der Motor war fast serienmäßig. Also ich weiß noch ganz genau, 1982, also jetzt vor 40 Jahren. Das glaubt mir heute kein Mensch, der Langstreckenpokal gewonnen. Und am Jahresende, als man dann mal einen Kassenssturz gemacht hat, ich habe das zu Hause noch, da steht tatsächlich eine Zahl von 22.700 D-Mark für die gesamte Saison mit 10 VLändern. Das ist einfach unvorstellbar. Ich kann es heute selbst nicht passen. Frank, kommen wir mal zu dir. Du hast ja auch diese DTM-Phase erlebt, in der die Technik in ganz kurzen Zeitabständen riesige Schritte machte. Du kamst 1988 als BMW Junior zu Zack Speed. Das war noch die Zeit der 2,3-Liter-Version. Und schon zwei Jahre später, als du dann im Lauf 4 auf der AWUS in Berlin 1990 zum MM-Dibels-Team kamst mit Günter Moormann, da war der Sport Evo da, 2,5 Liter, andere PS-Zahlen, andere Budgets. Und in dem Jahr dazwischen warst du Formel 3 gefahren mit einem gewissen Michael Schumacher an deiner Seite. Wie hast du diese Jahre erlebt, die ja ausgesprochen wechselvoll waren? Ja gut, für mich kam der Einstieg eben in die DTM auch wieder über die Formel 3, wo ich 86 und 87 ebenfalls schon unterwegs war. In diesen beiden Jahren immer total unterfinanziert. Hat auch lustige Geschichten demzufolge erlebt. Dann liefen Trainingssitzungen und ich hatte keine Reifen dafür. Ich musste erst noch telefonieren und nach Köln telefonieren, um überall hin telefonieren, um Reifen zu kriegen, damit ich beim Training fahren konnte. Hat aber funktioniert, hat mir auch weitergeholfen, definitiv. Und dann kam ich eben über diese Einladung von BMW und zur Junior-Sichtung, die ich dann gewonnen habe. Und in demzufolge durfte ich auch teilnehmen an der DTM. Und für mich persönlich war es einfach das Größte, dort zu fahren, dort mitzufahren etc. Also ich habe einfach immer nur letztendlich nur Tourenwagen, Tourenwagen in eurem Kopf gehabt. Und dann ging es dann tatsächlich weiter und es gab eine Thematik über Mercedes mit Junior-Team etc. Gruppe C und war eine tolle Geschichte. Ist aber leider für mich absolut in die Hose gegangen, das ganze Thema. Und ich habe mich dann im Jahr 1989 wiedergefunden ohne einen Drive, beziehungsweise dann über die Junior-Sichtung, die dann gut funktioniert hat, kam dann wieder ein Wilhelm Weber auf mich zu, wo ein Michel Schumacher schon unter Vertrag war. Und da sollte ich von daraus in die Formel 3 einsteigen. Mit weiterem Vorausblick eventuell mal in die Formel 1 hineinzugehen. Aber wir wissen alle, wie steil dieser Weg ist, oder damals auch dieser Weg war, noch hinzukommen. Aber wenn man diese Gelegenheit hat, dann versucht man sie auch zu nutzen. Und da kam eben diese Thematik zusammen, dass es zum einen Zaxpeed gab, wo ich als Junior gefahren bin, BMW. Zaxpeed hat gleichzeitig Formel 1 gemacht. Dann gab es die Best als Sponsor hinten dran. Und das ganze Package hat wunderbar gepasst. Ich hatte seinerzeit von Erich Sarkowski die Zusage auf sogar einen Formel 1-Test. Und wie es dann so kam, Ende des Jahres, man hat immer die Roller bei Zaxpeed und dann wiederzogen. Und dann habe ich da gestanden. Das war super, kann ich nicht da ernst sein. Mit anderen Worten, ich hätte auch 1989 auf BMW fahren können. Ich hatte einen Vertrag vorliegen, so unterschriftbereit. Habe mich dann aber entschieden, nochmal in die Formel 3 zurückzukehren. Mit Voraussicht. Ist leider, er konnte es in die Hose gegangen. Und der Grad zwischen Held und Blödmann ist natürlich verdammt schwer. Hätte das funktioniert, hätten sie mir alle auf die Schulter gekauft, hätten alle gesagt, hast du den super gemacht. Hier sind die Hose gegangen, haben sie alle gesagt, wie konntest du nur. Also einfach, was man damit sagen wird, ist, wie schmal dieser Grad tatsächlich ist. Herr Kollege, ich muss hier noch was anfügen. Das ist schon, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Ich glaube, du bist einer der ganz wenigen, die ich kennengelernt habe, von Beginn an in der Formel vor 1600 bis heute, die sich optisch nicht verändert haben. Und da liegen gerade mal eben 40 Jahre dazwischen. Unglaublich. Frank, du siehst noch genauso aus wie vor 40 Jahren. Das ist nun mal so. Also. Aber einen wunderbaren schwarzen Formel Ford hattest du. Das war das schönste Auto im ganzen Feld. Immer geputzt, immer sauber wie der ganze Kerl. Also ich kann auch nur sagen, Schmicky seit Jahrzehnten, als er 30 geworden ist, haben wir im Porsche-Zelt gefeiert in Hockenheim. Und dann hat man eine 30, hat der Kamps oben auf sein Dach drauf gemacht. Der ist mal wahnsinnig geworden. Eine 30 stand da drauf. Aber ich habe mir über die ganzen Jahrzehnte immer verkauft, Schmicky, erste Schuhmacher auf vor. Ja. Untertitelung. Und wo wir bei der 30 sind, das bringt mich auf ein weiteres Zahlenspiel, nämlich 30 Jahre später. 1988, Zaxby Junior, BMW M3 E30. 30 Jahre später, im selben Fahrzeugtyp wieder sitzend, 2018, Tourenwagen Classics hieß das damals, im Team unseres Gastgebers, bei Sebastian Küppers. Wie war das denn, 30 Jahre später mit 2.0 Automotive in Hockenheim vor dieser riesen Kulisse des Saisonfinales zu fahren, halbes Jahr später auf dem Norisring, nochmal diese Gelegenheit wieder vor ganz großer Kulisse. Wie war diese Zeitreise für dich? Ja, einfach super. Also erstmal danke an Sebastian für die Einladung, dass ich eben dort fahren durfte. Und es war einfach ein Déjà-vu. Reingesetzt und nach den ersten Metern schon wieder gemerkt, hey, so was hast du schon gemacht. Das war toll. Und da waren einfach wieder Emotionen, wie der Schreit etc., und die Drehzahl, wie vorsichtig man auf der Bremse ist, damit alle vier Räder stehen bleiben etc., und, 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 alles wieder zu finden. Aber huck, zuck, das war dann manchmal ruck, zuck wieder im Thema drin. Nach ein paar Minuten hat man wieder das Gefühl, wie das Fahrzeug sich wieder bewegt. Also von daher war es super schön. Würde ich natürlich jederzeit wieder machen, ist ja klar. Keine Frage. Ich glaube, die öffentliche Bewerbung haben wir verstanden. Armin, du bist vor drei Jahren, also auch gute 30 Jahre später, auch bei den Tourenwagen Classics um die Meisterschaft gefahren. Sogar mit einem Ford Sierra, ich sage jetzt bewusst nicht RS 500, das wäre irreführend, aber mit einem Ford Sierra Cosfors, der so ähnlich auch beklebt war, wie dein 88er und 89er Führtauto, und du bist auch Meister geworden im Team von Volker Schneider. Wie war denn dein Dich, Aline? Das war ähnlich, wie wir es gerade gehört haben, aber gut, das Auto war jetzt nicht mein echtes Auto von 88 oder 87, sondern es war ein Auto aufgebaut auf Gruppe N mit Gruppe A-Teil. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen gegen das andere Team von Sebastian beim letzten Lauf zu gewinnen. Und vielleicht können wir ja mal unsere Kräfte vereinen und im nächsten Jahr was gemeinsam machen. Noch eine öffentliche Bewerbung und da kommen wir dann gleich zum Harald. Lieber Harald, nicht da vorne hingucken, zu den Fernsehbildern kommen wir noch. Ich weiß, da warst du wahrscheinlich gerade im Bild mit dem roten Valier-BMW, ist Saison 90. Nein, du bist ja auch einer der Protagonisten gewesen, dieser Wiederbelebung des historischen DTM-Sports. In deinem 87er-Vogelsang-Auto bist du auch von 2017, 2018 an wieder Rennen gefahren bei den Tourenwagen-Klassics. Und lustigerweise bist du ja ein bekennender Freund dieses Hauses, 2.0 Automotive. Aber wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bist du für die Truppe hier noch nie gefahren. Stimmt, ne? Ja, da warst du ja nie Kohle rausgefahren. So einfach ist das. Daran hat es gelegt. Wir haben schon mehrere Gespräche geführt und er sagt, aber irgendwann, irgendwann ist mein Traum, irgendwann fährst du mal ein Rennen für mich oder zwei. Er habe gesagt, gut, können wir darüber sprechen. Aber ist bisher noch nicht zustande gekommen. Aber seit 2017 durch Raus Bar, während ich eingeladen habe, damals mein Originalauto zu fahren und dann auch natürlich mit Vogelsanghilfe. Links Telefon hat er gesagt, Cheffahrer. Ich habe gehört, du willst einsteigen in der Klasse, fahren die im Rahmen der DTM oder hier und her kurz an. Und es ist heute immer noch eine ganz enge Verbindung. Und wenn ich im kommenden Jahr wieder einsteige, dann werde ich auch mit stolz die Vogelsang-Aufkleber auf meinen Helm oder Operat tragen. Einige Rennen habe ich schon feste bei zwei verschiedenen Serien. Aber es ist nach wie vor ein BMW-Produkt. Ich hatte wirklich tolle Angebote und hätte mir auch ein bisschen die Tasche voll machen können. Aber leider waren wir verkehrte Fabrikate. Und ich habe übernächstes Jahr 50 Jahre BMW. Und da bleibe ich auch bei der Marke. Harald, so viel Bildtätigkeit. Das beeindruckt mich immer wieder. Eilfried, auch dich sieht man ab und zu mal in einem historischen Tourenwagen nicht so häufig. Das hat damit zu tun, dass du auch immer noch sehr beschäftigt bist. Würdest du gerne öfter mal ein altes Auto schon früher fahren? Eine komplette Meisterschaft, das wäre schon das, was ich mir jetzt gerade wünschen würde. Aber gut, jetzt sind erst mal andere Hausaufgaben zu erfüllen. Mal sehen, wo überhaupt die historischen Autos im nächsten Jahr fahren. Oh, ja. Und mittlerweile gibt es ja drei verschiedene Anbieter, die im historischen Sport da 2023 mitmischen. Ich würde mir wünschen, dass sich zumindest die zwei Hauptanbieter, dass die sich zusammentun, so ähnlich wie der ADAC das jetzt gerade auch eigentlich und ich hoffe erfolgreich zusammengeschlossen hat, weil dieses politische, die politische Auseinandersetzung der letzten fünf Jahre, glaube ich, hat unser historischer Motorsport überhaupt nicht verdient. Ich glaube, das Mikrofon kann gleich an den Beinen untergehen. Und ich muss eins sagen, dass jetzt auch ein dritter Anbieter, ja, da jetzt, bevor sich die anderen beiden überhaupt nicht ja so notiert haben, auf eine politisch unglückliche Art und Weise dann rhythmisch, das tut mir gerade ziemlich weh und ich kann ja nur ziemlich jetzt hauert drauf reagieren. Wie geht Ihnen das hier im Raum? Schweigen. Schweigen im Walde, aber ich kann folgendes sagen, wir haben hier im August gesessen. Ja. Gemeinsam. In einer Runde, mit einer etwas anderen Zusammensetzung, aber der Altsfried war, glaube ich, dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Der Arno war dabei und, ja, der Volley war dabei. Der Volley war dabei. Also, dann habe ich in dieser Runde gesagt, es gibt nur eine Lösung, die beiden GT-S in Zusammenlegen zu einer. Das haben wir jetzt Gott sei Dank mit dem ADAC geschafft. Und ich habe auch gesagt, es gibt für Tourenwagen Klassik und Tourenwagen, wir gelten auch nur eine Lösung, aus zwei wieder eins zu machen, wie das vorher war. Die alte Weisheit ist die, wenn du ein gutes Produkt teilst in zwei Teile, verlieren beide an Fahrern, an Autos und an Qualität. Genau das ist passiert. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sogar drei Anbieter haben. Denn es gibt wohl noch im nächsten Jahr eine Serie, die da heißt Golden Era. Ich weiß nicht, was drei Anbieter mit Legenden, mit Tourenwagen, Legenden und mit Tourenwagen aus der alten DTM machen wollen, wo sie ihre Rennen finden wollen, ihre Veranstalter. Ich kann an alle nur appellieren, bitte setzt euch zusammen und macht eine Serie, eine starke Serie in Gottes Namen und schafft 7, 8 Rennen, wo immer ihr das macht. Aber so kann das nicht gehen, dass alle leiden und keiner richtig viele Autos hat, sondern alle irgendwo an Teilnehmer Schwund bleiben. Ich hoffe sehr, dass das bleibt. Also ich kann dem... Bitte weiter, bitte. Ich kann euch nur recht geben. Also es ist eine ganz klare Aussage vom ADAC. Eine Stimme und dann bitte fahren. Alles andere ist unmöglich. Die haben, ich glaube, an einem Tag 24 Mils bekommen von drei verschiedenen Anbietern. Aber mit wem sollst du da reden? Das ist ja unmöglich für den ADAC. Der ADAC will diesen Sport weiter fördern. Das ist unstreitig. Es gibt auch die Möglichkeit auf der Plattform. Aber man sollte aus den dreien und aus den zwei und eins machen. Ich glaube, wenn du das zwei und eins machst, dann ist er noch stark genug, die auch noch weiterzumachen. Aber wenn man diese Geschichte weiter pflegen will, was man auch soll, und ich glaube, jeder wird das unterstützen auch beim ADAC, dann muss eben ein Mann, der das sagt. Bleiben wir mal bei dir als Marketing-Experte weiter. Da geht es ja auch um die Nomenklatur des Ganzen. Ich habe es in diesem Jahr erlebt, immer dann, wenn man YouTube-Übertragung mit einer Verschlagwortung versehen muss. Da geht es ja immer um diese drei Schlüsselporte. Wie wichtig ist es, dass so ein Klassik-Format die Anfangsbuchstaben DTM trägt? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ja, also die haben, ich habe ja eben gesagt, im Bestimmungsbegangsrat sind 78 Prozent, das sagt eigentlich alles für den Marken. Und ich meine, der Gerhard hat einen Riesenjob gemacht, aber er hat auch von der Marke gelebt. Und ich meine, andere, die haben die gleichen Autos, die haben vielleicht ein anderes Format, aber die sind bei weitem nicht da. Wenn der Zuschauerkunst erklärt, von Anfang an war ich, die Marke ist einfach da. Und da, wo die Marke draufsteht, sollte auch DTM drin sein. Das steht im historischen Sport auch zu und deshalb sollte er auch Erfolg damit haben. Da kommt es ja schließlich her, weil die Autos haben die Marke nicht geprägt. Das ist eigentlich nur logisch, Arno, oder? Du hast die Szene so viele Jahre erlebt, über Jahrzehnte. Welche Einschätzungen hast du zu diesem Thema? Also ich schließe mich da auf einer ganz klar an. Und es gibt eine Bühne, die wir in Deutschland haben. Wir haben seit drei Jahren gesagt, dass es die beiden Serien gibt, DTM und GT Masters, es macht keinen Sinn, dass wir zwei Top-Serien auf zwei verschiedenen Plattformen haben. Und jetzt gibt es das, dank ADAC, dass wir nur eine haben. Und wenn die Herren, die da jetzt glauben, ihr Ego auszuspielen, wenn die das nicht kapieren, dass diese Plattform die beste ist, die wir anbieten können, dann kann man denen doch nicht helfen. Das wäre ein riesengroßer Fehler. Und das musste ihnen einfach entweder gesagt werden oder wie der ADAC und ADAC gesagt haben, dann müssten sie eben ihr Ding machen. Ich weiß nur nicht, auf welchen Plattformen sie jetzt waren. Aber auf jeden Fall nicht auf so einer guten Plattformen der ADAC sie jetzt geschaffen hat. Absolut richtig. Christian, vielleicht nimmst du dir auch nochmal die Flüstertüte in die Hand. Du bist 2018 ja bei den Tourenwagen Classics gefahren, hier für diese Mannschaft 2.0 Automotive, gemeinsam mit Marc Hessel auf einem Zaxquid BMW M33. Und danach warst du auffällig ruhig, was dieses Metier anging. Warst du ein bisschen angefressen von diesem Tauszen der Sportveranstalter? Hat dich das genervt? Das ist mir auf den Sack gegangen. Wie in einem Kindergarten, da hast du mit erwachsenen Menschen zu tun, die natürlich alle ihre Beweggründe haben, jetzt was anderes, aber dieses Hin und Her Gezerre und das ist heute noch so. Ich gehe über die Motorschau in Essen die Woche und dann, komm mal her, machen wir mal ein Bild. Ich sage, wir machen kein Bild. Weil ich genau weiß, das sollte kein Erinnerungsfoto sein. Es geht dann darum, dass man wieder sagt, der Wohnsabstand zu Besuch war heute. Wir beide müssten jetzt einfach noch drüber gehen und sagen, komm, wir trinken dann Kaffee und schon haben wir eine Einschreibung unterschrieben, so ungefähr, wo man echt sagt, ihr gebt mir nur auf den Sack. Alles begann mit zwei Freunden und einer Vision. Unsere Initialen stehen für Qualität und Fortschritt. Wir schaffen den Technologietransfer von der Rennstrecke auf die Straße. Wir fertigen Gewindefahrwerke, Sportfedersätze, Stabilisatoren, Distanzscheiben und Gewindefedern. Zu 100% in Deutschland. Wir arbeiten mit Herzblut und Hingabe. Für diesen einen Moment. Wir sind Motorsport. Wir sind H&R. Deswegen muss ich zugeben, habe ich mich, ich habe das ja hier Sebastian vor einigen Jahren ins Leben gerufen, dieses Thema. Ich glaube, ich bin das mit Schuld, dass es dieses Auto gibt. Ich wusste, dass es ein Chassis gab und ich habe die hier bearbeitet. Ich habe hier ja in diesen Hallen lange gearbeitet, weil ich habe hier eigene Rolltimer, die ich in diesen Hallen hier selber restauriert habe. Aber ich habe ja selber zwei im Dreis und die habe ich hier in diesen Hallen selber restauriert. Und dann kam damals, habe ich die Teile im Keller liegen sehen. Ich sage, Alter, jetzt baue das Auto mal auf. Und dann ist das auch wirklich so passiert. Und dann sind wir da mit Rennen gefahren. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich habe auch mitgeschraubt und das war einfach geil. Und dann dieser ganze Palabra. Ich habe schon gesagt, wisst ihr was, ich mache hier nicht mehr mit. Das ist mir alles zu doof. Und seitdem sieht man mich da auch nicht mehr. Und ich schließe mich aber allen Rednern hier an, wenn da jetzt mal eine ordentliche Struktur ist, ohne Hickhack und Tralala und jeder lässt es darüber jeden. Dann habe ich da vielleicht doch mal Lust, damit einzusteigen. Aber es kann nicht sein, dass du dich 70 Prozent deiner Anwesenheit nur mit diesem Theater beschäftigst. Ich will mich, wenn, mit ein paar guten Leuten zusammensetzen, ein bisschen lachen, ein Bier trinken, Spaß haben. Da ist der Schmicky gerade im Fernsehen. Du warst der Schönste immer. Du bist ja heute noch, du bist ja heute noch. Und habt ihr schon mal, ihr müsst mal, ich habe das die Tage schon mal. Nein, nein, muss ich, was auch. Ich muss das loswerden. Okay, das ist mir für ein bisschen auf die Zunge gelegen. Ich habe mit dem Typen schon mal zusammen mir ein Hotelzimmer geteilt. Das stimmt, das ist kein Spachsinn. Dann wollte ich mir morgens einfach mal die Zähne putzen, die Haare gerade ziehen. Eine halbe Stunde sah war der da drin, der Typ. Was macht der da? Da hat er sich rasiert. Er hat sich die Haare mit Gel und dann auch ein Löckchen beigedreht. Das ist ja, lass einfach so stehen. Nein, 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 nein. Mach aus, mach aus. Du bist ja, liebe Kerl, aber mit dem Zimmer kann man es mit dir nicht teilen. Und seitdem, wenn wir unterwegs sind, gibt es immer nur Einzelzimmer. Das ist die Bedingung, weil sonst kommt ja keiner aus dem Frühstück morgens. Danke. Habt ihr euch nicht schon mal ein Auto geteilt auch? Haben wir schon mal auch? Ein Badezimmer habt ihr euch geteilt? In Karre sind wir uns gefahren und keine Ahnung gehabt früher. Hätte ich besser mal getan. Bilder habe ich noch am Foto, am Handy. Wie heißt es von mir? Ja. Hätte ich abschließen sollen, aber hat nicht geklappt. Wollte ich nicht. Ich war zu gut damals. Du konntest. Nein, ich wollte so nicht gewinnen. Das hat was mit Ehre zu tun. So gewinnt man nicht. So, wer will noch? Bleibt mal dabei. Vielleicht wieder zurück zum Thema DTM Klassik. Ich unterstütze das, was bis jetzt gesagt wurde, weil nicht aus dem Grund, dass man jetzt unbedingt hier eine Einigung erzielen muss, sondern wir machen Motorsport für unsere Rennbesuche, für unsere Fans. Und die werden es uns danken, wenn wir hier wieder einheitlich auftreten. Und ich möchte nur ein Beispiel sagen. 1989 ist die DTM im Rahmen des 24-Stunden-Rennens gefahren. Ich glaube, Donnerstag war ein Feiertag. Und nach dem Rennen hatte Geisdecker und ich die Idee, alle Fahrer im Cabrio um die Strecke zu fahren. Wisst ihr das noch? Die Zuschauer kamen alle auf die Straße runter. Die Runde hat vier Stunden gedauert. Moment, nicht von allen. Die längsten war der Harald Groß, der Strezek und der Roland Asch. Die haben über vier Stunden gebraucht, bis sie zurück waren von dem Autogramm schon. Das sind die Erlebnisse. Das sind die Erlebnisse. Nur einer ist ausgeschert. Das war der Ludwig. Der ist in seine Hütte gefahren. Das sind schon tolle Erinnerungen, würde ich wirklich sagen. Ich muss immer wieder sagen, wenn wir vorher nach dem Start ins Motordrom geflogen sind mit 100.000 Leuten und gesagt, Kuro, du hast mal geblieben. Das war schon eine kleine Zeit. Echt? Du warst ja dieses Jahr am Norisring, Harald. Leider ja ohne Auto, aber mit Helmut und Tamar. Wie war das für dich, diese ganze Szene zu erleben? DTM Classic Cup. Ist das ein Klassentreffen, Wiedersehen mit Freunden? Ist das ernsthafter Sport? Ist das Competition? Was ist denn das? In diesem Jahr, ja gut. Es ist zum Teil eine Marketingveranstaltung geworden. Ohne Wenn und Aber. Das hat Alfred vollstanden. Aber wir müssen auch sagen, wir alle, wir Fahrer, also ich kann nur für mich sprechen, wir sind hier auch alle gewachsen und haben auch uns von dem Kuchen schönen Mark abgeschnitten. Da geht der, macht kein Geld dran vorbei. Armin war einer, der nie hat das anbrennen lassen. Wir haben uns zum AG enthalten ausgetauscht, wenn wir verschiedene Angebote hatten oder zusammengefahren sind. Bis hier in jedem Fall auch nicht weiter, weil es wahrscheinlich, ich habe das aufgerufen und das hat immer perfekt geklappt. Wirklich klar, da habe ich einen Partner, mit dem ich auf Wellenlänge war und wir haben es immer gut verkauft. Sag mal Armin, was waren denn da für Beträge im Gespräch? Ja, das war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Harald war einer der wenigen, mit denen man die Sachen absprechen konnte und der hat genau das gemacht, was er vorher sagte und nicht einen ins ausweglose Laufen lasse. Armin, ich muss dich nochmal was fragen. Da gab es doch mal so eine Art Race of Champions mit Jaguars und ich glaube, das hast du gewonnen. Kannst du uns noch sagen, wie hoch das Preisgeld war? Eine Million US. Dankeschön, das wollte ich nur hören. Das war aber nur für ein Rennen. Spar. So, das lassen wir jetzt so stehen, weil hier sind schon wieder Fingerzeige und alles mögliche mir signalisiert worden. Ich kann es kaum glauben, die nächsten 40 Minuten sind schon voll. Es ist mit euch vergangen wie im Fluge. Die nächste Pause. Herzlichen Dank und bis gleich. Applaus Lieber Rainer, du hast uns in den letzten Jahren so viele tolle Geschichten geliefert. Du hast über alles geschrieben, was nur Rang und Namen hat, über was dir passiert ist in den Jahren. Aber keiner hat über dich geschrieben. Das macht nichts. Doch, es ist sehr wichtig, weil auch du musst mal genannt werden. Und ich habe eine vor Jahren schon eine Geschichte über dich geschrieben. Und ich habe eine Geschichte gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020